Bald ist August. Bald fliegt die U21 La Crosse Nationalmannschaft ab nach Irland zur Weltmeisterschaft in Limerick. Und ihr könnt dabei helfen, diesen Traum für die Jungs wahr machen zu lassen. Wir freuen uns sehr auf diese Reise. Die Jungs sind eigenfinanziert und freuen sich über jede kleine oder noch so große Spende. Herzlichen Dank für die Unterstützung.